Es ist schwer einfach zu sagen, was Showmaker ist und was es ausmacht. Showmaker ist so viel mehr als einfach nur eine Firma. Showmaker ist Inspiration. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Fische und Vögel den gleichen Lebensraum besiedeln, in der Schweine, Kühe und Menschen nicht den ganzen Tag daran denken, sich gegenseitig aufzuessen, sondern gemeinsam auf einer Wiese stehen. Ja, ich fasse es immer noch nicht. Er schien mir im Traum. Er sagte, komm mit mir. Wirklich, also jetzt ernsthaft. Er sagte, komm mit mir und ich zeige dir eine Welt voller Spiel, Spaß und Spannung. Und dann zeigte er mir den Weg. Wer schleicht und rennt bei Nacht und Wind, es ist der Harry, oder bin ich blind? Den Kaffee rechts hält er in der Hand, anders hätte ich ihn niemals erkannt. Wie ein Mann einbart, ganz dicht im Gesicht, die Brille, die vergisst er nicht. Ja, mein Showmaker Curious starts at Vogel der Nacht, als ein Jumper. Und dann habe ich gearbeitet, als ein T-Light-Fairy, in German Telishtree. Und, you know, dann habe ich gearbeitet, als ein und nur Mensch Spülmaschine. Ganz kurz, also in erster Linie ganz viel Stress, das sieht man ja, weil ich habe so viel zu tun. Und dann ständig irgendwelche Fragen und ich werde gestört und im Endeffekt werde ich nicht fertig. Und ich muss einfach bis 18 Uhr alles fertig sein und der Tag ist viel zu kurz. Der Tag sollte eigentlich 48 Stunden haben. Und ich muss weiter arbeiten. Entschuldigung, später vielleicht. Ah, ich, oh Gott. Showmaker Entertainment ist ein phänomenales, atemberaubendes Unternehmen, welches keine Kosten und Mühen scheut, Menschen glücklich zu machen. Eben die spiegelt sich halt auch in den Mitarbeitern wieder, was sich öfters mal darin zu erkennen gibt, dass man selbst kein Geld verdient, sondern dass alles dafür ausgegeben wird, eine wunderbare Veranstaltung für andere Menschen zu schaffen. Also ich fand die Veranstaltung toll. Dann habe ich Habe kennengelernt, aber auch toll. So die Kollegen hier. Toll. Nachdem ich alles so toll fand, fand Habe mich auch toll. Zumindest für den Arbeitsplatz hier. Was ich hier genau mache, weiß ich noch nicht so ganz. Ich bin ja auch erst seit zwei Jahren hier. Ja, was mir die Show bedeutet. Im Grunde genommen kann man sagen, ist es ein Zeichen. Ich meine, mit dem Internet global vernetzt, YouTube etc. Es ist ein Zeichen zu sagen, wir sind wieder da, bei uns gibt es immer noch. Wir sind nur vorübergehend abgetaucht und wir werden auch wieder zu unserer Weltgröße kommen. Und um unsere Seriosität und unsere Professionalität zu unterstreichen, ist dieses Soap, glaube ich, genau das Richtige und das richtige Zeichen, das wir jetzt setzen müssen. Es ist ein Schatz, ein großer Schatz, ein Diamant. Der größte Diamant der Welt. Eine Soap. Es gibt keinen größeren Ritterschlag für eine Firma, wie zu sehen, wie Mitarbeiter agieren. Für die Firma. Für die Soap. Und darauf bin ich gespannt. Man darf auf Großartiges gespannt sein. Genau, äh, ja, da war es genau. Genau. Hallo, ja, es ist wahr, wir von Showmaker drehen eine Soap. Eine richtige Soap. Und, äh, warum, wissen wir zwar selber nicht so genau, aber ihr könnt mitmachen. Ihr könnt mit eurem Kommentar Anregungen geben, ihr könnt uns Ideen liefern, ihr könnt vielleicht sogar mitspielen. Kommentiert also kräftig. Und das Beste ist, ihr könnt auch was gewinnen. Also wir verlosen unter allen Kommentaren, äh, Freibändchen für MyWay, Freigetränke, T-Shirts, Einbauküchen und vielleicht auch einen neuen Haarschnitt. Also, macht mit und kommentiert. Viel Spaß.